Ok, na dann. Auf gehts. Bauen wir mal ein bisschen Master Builders. Juhu. Auf gehts. Segelboot, Kirschen und Papagei. Segelboot, ich will Segelboot. Es wird Segelboot. Segelboot, ok. Bin schon aus der Übung gekommen. Lange nicht, ach ja. Lange nicht geübt. Boden, Wasser. Lange nicht mehr gespielt, lange nicht mehr gespielt. Jetzt müssen wir es nochmal hinbekommen hier. So, Wasser platzieren. Den Block abbauen. So, Segelboot machen wir aus Holz. Mit dem Boot und Holz machen wir das. Dieses hier. Ein bisschen unklares. Hier mal die. Dafür. Segelboot. Segelboot. Was ich will. Weiß aber noch. Dann noch. So, wahrscheinlich. Zwei Minuten noch. Oha. Ich habe gerade erst mal einen. Ich muss jetzt erst mal einen Grundstein setzen. Ich hoffe, die Playliste mit uns nicht zu aufdringen. Das ist mein üblicher Minecraft. Hintergrund. Ruhige Hitsmusik. So, hier mal. Ich und Bone in Minecraft. Das kann ja auch schon nur schief gehen. Und so müssen wir es machen. Ach verdammt. So wird doch nichts mehr. Hier machen wir es so. Wir haben was hier gemacht. So haben wir es gemacht. Dann kommt hier natürlich. Dann erkennen, dass das vorne ist. So müssen wir es nur noch. Okay. Dann haben wir die Zeit verlängert. Was mir trotzdem nicht helfen wird. Ich baue mal wieder zu groß. Dann haben wir die Runde verlassen. Das ist immer wieder toll. So. Ich glaube, das sollte ich mal schmaler machen. So wird es zu auffällig breit. Zeitdruck arbeiten. Und auf Wasser. Das habe ich mir gut ausgedacht. Ich muss es ja nur noch spiegeln. Und was da haben. Verbleibende Zeitung bauen. Fünf Minuten. Puh. Okay. Okay. Es müsste doch reichen, mein halbwegs passables Boot hinzukriegen. Müsste. Das ist erstmal weg. Ich bin zu konzentriert. Ich muss mich aufs Baum konzentrieren. Ich kann überhaupt was zustande kriegen. Ich bin zu konzentriert. Ich bin zu konzentriert. Wie so eine Leiter. Das können wir auch irgendwo einsetzen. Aber nein. Bauen. Master Builder spielen, haben wir nicht bauen können. Genius. So. Das kann man prinzipiell auch mit einem Block machen, ne kann man nicht, wenigstens die Musik ist entspannend, so hier, jetzt machen wir 3 Minuten noch, ich probiere mal ein Wasser, das ist ja ein Floß als ein Seegeboot, was soll es, die Treppenstufen hin, oder ich mache einfach einen Zaun, hübsch wird es nicht, aber hier den Mast, am besten aufs Holz, ähm, 150, ach du Scheiße, den Knopf brauchen wir ja hoffentlich nicht, nur vielleicht noch um den Mast hin, muss der Woller, damit das zumindest wie ein O-Suite, in der Schiff, Mystery Darjun, Soundbreak. Jetzt die Idee zumindest klar wird, was ich bauen wollte, das müssen wir jetzt irgendwie noch hinkriegen, ok, erster Platz werden wir damit bestimmt nicht, aber ja. 30 Sekunden, ja. Ok. Klingt weg. Ja, besser als nichts. Am Arsch. Na ja. Ok, jetzt muss ich mal bewerben. Das war gut, oder? Ja gut. Ja, das geht mal gut. Kann man machen. Na ja. Schlecht. Was meinst du irgendwie besser? Das ist ja ein Drett auf dem Wasser und ja, nein. Du bist jetzt. Das müsste meins sein. Man erkennt doch was es ist, oder? Man erkennt so grundsätzlich, was es werden sollte. Ok. Ok. Ja, ok. Tipp ok. Kann man machen. Ja, hier auch mit dem Ding. Ja, ist ok. Na komm, geht mal gut. Hat sich schon Mühe gegeben. Der Schrock. Und der hat gewonnen, ok. Ja, ich hätte es nicht meins selbst als... Es sind nur drei Spieler hier. Mit vier Spieler. Ich habe vorletzten Platz. Ich hätte den Schrock schon... Ja, den hätte ich höher gemacht. Hm, ja. Weiß ich nicht. Ok, spielen wir noch eine Runde. Master Builders. Vielleicht jetzt mit mehr als vier, fünf Menschen. Okay, Vase. Gesellschaftsspiel. Schneekugel. Ich will Schneekugel. Keine Ahnung, wie ich das bauen soll, aber... Ok. Ähm, Inventar. Den Boden können wir... Schnee. Schnee mit Ehre zuschieben. Schneeblock. Schneeball. Höfer Schneeärmer. Ok. Schnee brauchen wir hier. Mach die ganze Sache zur Kugel. Glas. Weißes Glas. Du bist in einer riesigen Schneekugel gefangen. Sonst musst du es noch irgendwie runter kriegen. Und in der Zeit fertig. Ich denke wieder viel zu groß. Dazu müsste man mal richtig einbauen. Mal ein bisschen rennen wäre auch nicht schlecht. Mit dem Vorhaben was ich habe, kann das nicht schaden. Schnee. Meine Güte. Fünf Minuten noch. Ich muss halt wahrscheinlich noch irgendwas in der Mitte bauen. Das wäre schon clever. Damit es verstanden wird. Ich habe mich jetzt schon komplett verbaut. Ich sehe das ja schon. Und die landen ja wahrscheinlich oben drauf dann. Hilfe. Sowas ist natürlich dann auch blöd. Und sowas auf. Abhöhe. Was denkst du dir nochmal aus Zwerge? Das kriegst du nie fertig. Vor allem die Zufriedenstellen fertig. Und das mache ich hier. Drei Minuten. Ich verschwende Zeit. Die Kuppe müssen wir nur irgendwie zu kriegen. Und dann ein Loch oben rein, damit alle reinfallen. Groß gedacht, aber klein gekonnt. Viel gewollt, nichts gekonnt. Das Motto unserer aktuellen Bundesregierung. Aber ja. Hier auch bei mir. Hier auch bei mir. Hier auch bei mir. Oh, was das ist. Was ich will. Und auch noch ein Weiß. Ich hätte mal Blau machen können. So dass man es mal sieht. Nee. Das ist in die Schnee-Arena geworden. Das schaffe ich niemals fertig. Du Dummkopf, Zweck, du Dummkopf. Was denkst du dir? Wahrscheinlich nix. Wie immer. Dafür sind wir aber schon relativ weit gekommen. Es steht hier mal etwas über uns. Was ist das denn? Ach... Können wir es jetzt mal dicht machen? Das wäre eine Idee. Es ist immer eine kleine Kugel. Nicht wirklich eine Kugel, aber... Schneepartikel wären jetzt auch noch toll gewesen. Ihr versteht aber schon, was ich machen wollte. Eine riesige Schneepartikel. In einer Minute schaffe ich das nicht mehr. Da stehen die Spiele drin. Da müssen jetzt noch Bäume rein und so. Fichtenholz. Turpenholz. Wachs fixen hier. Eichensitz link. Das ist Schnee, ich rost. Baumstamm. 30 Sekunden. Jetzt baut da wenigstens noch ein Baum hin. Du Urlaub. Du Urlaub. Ach komm. Meins ist schlecht. Ich hoffe, die Idee kommt drüber. Äh... Okay. Wollte ich mal geben, weil meins wirklich schlechter ist. Da ist immerhin ein Haus drin. Na gut. Da kann man fast einen Boot geben. Ist das mein Dreck? Ja, das ist mein Dreck. Ähm... Eine riesige Schneekugel. Nur hier kommt der schwarze hier hin. Ja... Es hat nichts geworden. Zu groß gedacht und nichts gemacht. Wo ist die Kugel? Naja... Okay, weil... Schneeball... Schneekugel. Ähm... Ja, gut. Ich sag gut. Es ist ein Baum und ein Villager drin. Und ja... Ne, weil es Schneeball... Dann wäre es Schneeball. Das ist... Am Thema vorbei. Deswegen... Ja... Schneeball ist was anderes als eine Schneekugel. Sorry, aber... Ne... Da muss ich nicht schlecht geben. Das ist... Hier gebe ich einen Mies. Einen Grauenfall. Weil hier ist nichts. Ich müsste mir selbst ein Mies geben. Weil das ist ja... Und auch quasi nichts ist. Aber... Das ist sehr gut. Das sehe ich jetzt von hier schon legendär. Das ist ein Haus. Da schneidet es drin. Da ist ein Baum. Das ist noch auf dem Holzuntergrund. Das soll bitte gewinnen hier. Okay, das hat das gemacht, was ich vorhatte. Da hat es weiter geschafft. Also... Wir haben es und ich gemacht. Super. Die Idee ist nicht ganz fertig geworden. Aber... Die Idee ist schon... Na, das hat gewonnen. Verdient. Auf dem vorletzten Platz verdient. Ähm... Ja... Das ist toll geworden, würde ich sagen. Das kann man machen. Und... Na dann. Wenn ihr mich nach oben so zick gefallen haben. Lasst ein Abo da mal neu sein. Wenn ihr weitere Videos verpassen wollt. Habt euch noch einen angenehmen Tag. Und... Haut rein. Bis dann und ciao.